Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Nach dem Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft in Katar verlässt Oliver Bierhoff den Deutschen Fußballbund. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, teilte der DFB mit. Bierhoff war als Geschäftsführer für die Nationalmannschaften sowie für die DFB-Akademie zuständig und insgesamt 18 Jahre lang beim Verband. Er übernehme die Verantwortung für Entscheidungen, die sich nicht als die richtigen erwiesen hätten, so Bierhoff. Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt am Vormittag Pläne für eine Reform der Krankenhäuser vor. Das bisherige Finanzierungssystem mit den sog. Fallpauschalen soll ersetzt werden. Ziel ist es u.a., dass künftig mehr Patienten ambulant behandelt werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bundestag einige Neuregelungen zur Entlastung von Pflegekräften sowie für Kinderkliniken beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht muss heute entscheiden, ob sich Deutschland am milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der EU beteiligen durfte. Die Karlsruher Richter hatten dafür 2021 zunächst grünes Licht gegeben. Es geht inflationsbedingt inzwischen um ein Volumen von mehr als 800 Mrd. Euro. Der Fonds soll den EU-Staaten helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Die Kläger befürchten, dass am Ende v.a. Deutschland als größter Nettozahler für die Schulden anderer Länder aufkommen muss. Im Nordwesten Kolumbiens ist nach dem Erdrutsch die Zahl der Toten auf 34 gestiegen. Alle waren Passagiere eines verschütteten Busses. Unter den Opfern sind nach Angaben des Katastrophenschutzes 8 Minderjährige. Der Bus wurde rund 2 m tief unter Schlamm begraben. Starke Regenfälle hatten den Erdrutsch am Sonntag ausgelöst. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten treffen sich heute in Albanien mit Kollegen aus Ländern des westlichen Balkans. Hauptthemen der Gespräche in Tirana werden u.a. die Begrenzung der Migration über die Balkanroute und der Umgang mit Russland sein. So beteiligt sich Serbien bislang nicht an den EU-Sanktionen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und pflegt weiterhin enge Beziehungen zu Moskau. Auf Hawaii droht der Vulkan Mauna Loa, eine der wichtigsten Verkehrsadern der Hauptinsel lahmzulegen. Laut Medienberichten könnte die austriebende Lava noch diese Woche die Verbindungsstraße zwischen Osten und Westen erreichen. Viele Menschen müssten eine Alternative für ihren Weg zur Arbeit suchen. Vergangene Woche war der Mauna Loa erstmals seit fast 40 Jahren wieder ausgebrochen. Die US-Schauspielerin Kirstie Alley ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 71 Jahren. Alley wurde zweimal mit einem Emmy ausgezeichnet, einen der wichtigsten US-Fernsehpreise, u.a. für ihre Hauptrolle in der Sitcom Cheers. Ihren größten Kinoerfolg hatte sie 1989 in Guck mal, wer da spricht, zusammen mit John Travolta. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute verbreitet Wolkenverhang und trüb, v.a. von der Ostsee bis nach Bayern gebietsweise Regen. In mittleren und höheren Lagen Schnee an den Alpen trocken und verbreitet sonnig, Verzeihung, 0 bis 7 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 12 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit live nach 9, mit Anne Wilmes und Julia Schöning. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.